Hallo Leute, das ist ein Horror-Video. Naja, ich war etwa, wie sagt man das, so drei, zwei, auf jeden Fall klein. Ich kam in eine Gestalt und hatte mich irgendwie verflucht an einen Zauber. Ja, aber, aber, ja, aber. Naja, ich wollte es rechnen und der Fluch lag immer noch auf mir. Naja, wie sehe ich jetzt aus? Er kann es nur ein Affenflutchen, ein Affenflutchen. Ah! Naja, mein Freund wollte mich besuchen kommen, aber er hat leider abgesagt und ich habe gar nichts davon gewusst. Er war um halb sieben, komm, es war drei Uhr. Jetzt ist es sieben Uhr gewesen. Ich habe mich gewundert, wo er bleibt. Ach, wo bleibt er denn? Es hat geklopft. Oh, das muss ja wohl sein. Ich werde dich, Typen, erlassen, wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ah! Wer war das? Okay, ich habe gelernt, mich zu beruhigen. Okay, das ist aber jetzt ein echter Notfall. Okay, du weißt, es ist gut, also, schlaf. Abends. Ach, wo ist das? Das war's für heute. Das war's für heute.